Ich möchte zu einem Mr. Havership... Geschäftliches regelt mein Büro in St. Louis. Ich war schon in Ihrem Büro in St. Louis. Und in dem in Kansas City und in Carson City auch schon. Sagen Sie nichts, lassen Sie mich raten. Sie sind Alexander Grayson. Und Sie wollen mir mein Werk in Sweetwater abkaufen? Und auch die Mine in Doubletree. Dafür biete ich Ihnen 20.000 Ihrer amerikanischen Dollar. Wirklich? Mein Herr, Mr. Grayson. Sie sind entweder ein sehr mutiger Mann oder ein sehr törichter. Dies ist ein rauhes Land, da reist man nicht unbewaffnet. Ich schieße nicht gern. Es ist ein äußerst schlechter Zeitpunkt, um ein Bergwerk zu erwerben, Sir. Was fällt dir ein? Die Steuern auf Bergbaugewinne sollen drastisch erhöht werden. Allerdings, wenn Ihnen der Sinn unbedingt nach einer Mine steht, kaufen Sie sie über ein Drittunternehmen und pachten Sie sie von diesem dann. Das verringert die Abgaben. Whisky, Sir. Danke sehr. Erfahre ich Ihren Namen? Renfield. Die wollen Sie töten. Halt dich da raus! Was denkst du, wer du bist? Na los, mach den Fertig, Jupps! headline und grüß. Ah! 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 Sie sind in Sicherheit.